Mal gucken, wie weit ich heute komme. Gestern war ja echt, also da saß ich ja anderthalb Stunden an zwei Rätseln. Wie bist du in den 70ern noch nicht erfunden? Heißt das etwa, ich bin gar nicht mehr 1952? Das würde mich ja verwirren, warte mal. Okay, die Tür geht auf, hier kommt ein Würfel, hier kommt ein Würfel und damit kann ich die Tür aufmachen, yay. Du hast keinen Teil gespielt, Dogan? Na dann, run! Das ist ein, also Portal 2 ist eines meiner Lieblingsspiele, tatsächlich. Geschicklichkeit, Strategie und Witz, ja? Alles miteinander verbunden. Es macht wirklich Spaß, finde ich, das sind gute Games. Oh, hier kommt dann doch die Flüssigkeit aus. Aber nur solange ich... Okay. Schießt man wieder mal Flüssigkeit? Hui! Ja, ja, bade mich, bade mich, mhm. Okay. Das sieht gut aus. Aber wo muss ich hin? Ich muss den Würfel kriegen. Irgendwie muss ich an den Würfel kommen. Okay. Achja, ich schätze mal, ich kann hier einfach durchgehen, oder? Nee. Aber ich kann da jetzt hoch springen, haben wir ja gerade gesehen. Das heißt, ich kann jetzt hier durch, äh, da oben so machen, den Würfel nehmen, springen, hier hochgehen und hier wieder rauskommen. Hey! Funktioniert! Uäh, äh, nein, nein, wo ist er? Nein, nein, bleibt da. Und den packen wir hier drauf. Jetzt kommt die Flüssigkeit permanent. Wie komme ich jetzt da rüber? Nee, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist denn mein Ziel? Äh, warte mal, ihr habt schon wieder so viel geschrieben. Hab keinen Teil gespielt, gibt es denn sowas? Sonst etwas außer Rätsel, die nicht zum Spielen reizen könnten? Achso, sonst etwas. Naja, die, das ist halt, ähm, ganz intelligent gemacht mit diesen Portalen. Das finde ich immer, das fasziniert mich immer noch. Wie du quasi die Möglichkeit hast, überall hinzukommen mit deinen Portalen. Und wie gesagt, der Witz, also es ist, die Spiele sind echt, ich lach mich tot. Also jetzt bei den Original-Games. Hier habe ich mich bisher noch nicht tot gelacht, aber die sind immer so, so schön mit schön viel schwarzem Humor gemacht, die Spiele. Ähm, habe alle Teilen gespielt auf Xbox. Damals kann ich mehr nicht spielen. Du brauchst das Sprunggel, so ein Tipp. Unendlichkeitsportal, das ist immer geil. Genau, Sprunggel brauche ich. Das dachte ich mir schon, das ist ja hier. Wie komme ich denn jetzt aber? Ich muss da irgendwie rüber. Aber ich schätze mal, wir müssen springen. Irgendwie, ich bräuchte auch Anlauf. Gibt es hier auch nicht das Sprunggel? Warte mal, da könnte ich... Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Ah, ich schätze mal so, oder? Ja, na klar. Okay, das müsste gehen. So, jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus. Mhm. Ne, das schaffe ich ja auch gar nicht, oder? Gibt es hier noch unten irgendwo ein Portal, wo ich rankomme? Ja, eine Möglichkeit für ein Portal meine ich. Weil ich will da rüber einfach gehen. Vielleicht wenn ich hier mal schieße. Ach, es geht nicht. Es geht nicht. Ich tauche jetzt in Terra. Ein paar Stunden habe ich noch. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, Dogan. Dir auch viel Spaß mit Terra. Oh, ich komme da doch rüber, glaube ich. Terra ist ja ganz schön... Es zieht dich ja ganz schön in seinen Bann, gell? Also bist du ja ganz schön süchtig danach. Schau bei der Tür oben in die Decke. Hier. Was ist denn hier? Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Wieso hast du das schon wieder gesehen? So vielleicht? Ist das klug? Und hier ein bisschen blaues Zeug hin. Hier. Mach mal blaues Zeug hin. Okay, das müsste ja gehen. Sehr gut. Jetzt sind wir hier. Und nun? Da steht doch auch 1959. Der verarscht mich doch hier, der Roboter, der da mit mir spricht. Okay. Wir können jetzt hier springen. Gut. Aha. Okay, nee. Ich sehe... Irgendwas übersehe ich immer, weißt du? Das ist mein Problem in diesem Spiel. Irgendwas übersehe ich immer. Ah, ja. Ich hab's schon. Nein, verdammt. Nein. Nein. Ja, gut. Danke. Ich werde nämlich mal stehen bleiben. Und nun? Da muss der Würfel hin. Oder? Dann brauche ich den Würfel da drüben. Okay. Wie komme ich denn wieder darüber? Ich muss ja den Würfel holen. Äh... So. Hm. Wir haben jetzt da ein Portal. Da habe ich aber schon blaue Farbe hin. Und die anderen Portale... Zurück. Portal. Ich mach' ja schon. Ich mach' ja schon. Ich mach' ja schon. Lass' mir Zeit. Ähm... Den Würfel... Ich nehm' den jetzt mal kurz mit. Dann hört die Farbe zwar kurz auf. Aber dann habe ich... Ich muss da nur irgendwie rüber. Ich muss da nur irgendwie rüber. Das heißt, ich muss hier noch irgendwie... ...Portalflüssigkeit hinkriegen. Hier. Da muss ein Portal hin. Aber ich... Ich kann da jetzt nicht rüber gehen. Ich kann da jetzt nämlich nicht rüber gehen. Ich muss da rüber springen. Ah, warte mal. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Ich hab' ne Idee. Genau. Upsala. Und jetzt können wir hier quasi rausgeschossen werden. Ich weiß nur nicht genau, ob das so klug ist. Nee, so sollte ich's nicht machen. Das ergibt keinen Sinn. Genau. Und hier jetzt reinspringen. So. Würde ich nämlich auch machen. Jetzt muss ich nur wieder zurück. Und die Portals müssen bleiben. Wie komme ich denn jetzt zurück und die Portals bleiben hier? Jetzt ist er oben wieder weg. Nein. Scheiße. Ach. Äh. Mann. Das funktioniert nicht. So wie ich mir das vorstelle. Hier müsste doch... Eigentlich. Äh. Müsste ich hier reinspringen können. Und dann da. 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 Raus. Also da. Nicht da oben. Quark. Das ist ja Quatsch. Warte. Da ist ja die weiße Wand. Da muss ich rausgesprungen kommen. So. So. Da ist jetzt ein Portal. Und hier ist jetzt ein Portal. Hier. So. Und jetzt müsste ich da drüben hin und springen. Aber wie? Uh. Mach mal das. Das ist mir nicht ganz klar. Da hast du schon einen Sprung, Gil. Du musst nach oben. Was? Nach oben? So? Meinst du da drauf und dann da rüber? Näh. Das funktioniert nicht. Sicher, dass das funktioniert? Wo ist denn der Würfel? Ich probier's. Das funktioniert nie im Leben. Ich bräuchte hier Anlauf... Ne. Das bringt ja auch nichts. Na. Das geht nicht. Ne. Ne. Das ist zu weit. Das kannst du vergessen. Wo ist mein Würfel? Hier. Dann sag mir doch, wie man's macht. Mensch. Dann sag's mir. Nein. Bleib da. Boing. Boing. Au. Ach. Das ist tricky schon wieder. Es ist schon wieder sehr tricky. Es ist mega tricky. Ich mag dieses Spiel nicht. Das ist viel zu schwer. Hm. Also ein Portal müsste ja immer hier... Nein. Nein. Jetzt bin ich eh tot. Mist. Jetzt bin ich eh tot. Verflixt. Erstmal noch ne Tasse Tee trinken. Nochmal hier den Mist. Ach toll, jetzt hab ich nochmal den ganzen Spaß hier machen. holen wir erstmal den Würfel. Achso. Warte. Ich muss das Portal woanders schießen. Ja. So. Jetzt mal wieder hier. Jetzt kann ich hier nochmal die Sprungfarbe verteilen. Und zwar hier. Lass mal extra erraten. Zeigen mir die Wege wohin und was. Oben wo man rüber springen muss, muss ein Portal hin und da wo man mit dem Gehl hinflitzt. Was? Da muss ein... Ja. Äh? Das hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Hier muss ein Portal hin und da oben muss ein Portal. Dann muss ich jetzt hier Gas geben. Mit dem Würfel. Das ist gar nicht so schwer jetzt mehr, oder? Doch, das Problem ist nämlich... Ja. So, jetzt kann ich zwar da rüber springen, das kann ich... Aber wo schieße ich jetzt dieses Portal hin? Das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt da nicht hinschießen, oder? Nee, das geht nicht. Oder ist da jetzt ein Portal? Nee, das ist immer noch hier. Wo ist ein Freiraum? Wo? Was meinst du? Ich kann doch jetzt hier nicht ein Portal schießen. Hier könnte ich ein Portal schießen. Aber ich muss ja auf der Seite rauskommen. Jetzt müsste ich hier Gas geben und dann... Gegen die Skitter jumpen. Hier könnte ich halt auch noch ran. Ist da hinten was, wo ich hinschießen kann? Irgendwas übersehe ich doch. Geh mal nach oben. Wo denn? Du meinst da hinten auf den Turm nach oben. Juhu! Oh, das war doof. Sekunde nochmal. Nicht in das Portal springen. Ich lass mal den Würfel erstmal kurz hier. Juhu! So. Und jetzt... Geh mal nach oben. Und jetzt hier durch. Hier kann ich halt jetzt auch Farbe springen. Ich könnte auch... Warte mal. Ich hab ne Idee. Hier könnte ich ja auch Farbe hinspritzen, oder? Die Orangene. Das müsste ja gehen. Das müsste gehen. Nee, das ist aber Quatsch. Das ist kein richtiger Weg zum Anlauf nehmen. Oder reicht das aus? Dass ich hier Anlauf nehme und dann da rüber springen kann? Na... Ich bin mir so unsicher. Eigentlich nicht. Guck, von oben kannst du ein Portal zurückschießen. Warte. Ach, jetzt bin ich falsch. Warte. Hier kann ich ein Portal zurückschießen. Ah. Ja, aber ich komm mir dann da trotzdem nicht durch. Ah, aber warte mal. Das lass ich jetzt da? Das... Nee. So Rangene muss doch... So Rangene muss da hin. Das Orangene müsste da hin. Und dann könnte ich quasi... Sprungel... Was? Sprungel erst da hin. Damit du zurückkommst. Was? Sprunggel. Achso. Ja. Sprunggel hier hin. Was hier hin? Damit ich... Ah. Okay. Jetzt verstehe ich, was du meinst. So. Jetzt komm ich ja wieder nicht da hin. Gib mir mal Sprunggel. Sprunggel. Jetzt haben wir wieder Sprunggel. Das hatten wir ja vorhin auch schon. So weit war ich... Ah. Ich hab das ja aber nicht benutzt. Zum Sprunggel mal nehmen. Und jetzt kann ich hier zurückschießen. Okay. Jetzt haben wir's doch. Hopp. Ah. Ah. Jetzt fall ich nochmal runter. So. Welches ist das? Das blaue? Dann kommt hier das Orangene hin. Ah. Nicht so. Mit dem Würfel jetzt. Mit dem Würfel springen wir jetzt rüber. Gut. Ich hab's ganz alleine gelöst. Wunderbar. Weil ich Mr. Brain bin. Huiiii. Na verdammt. Ah. Ach komm schon. Ist doch jetzt nicht wahr. Ist der Würfel auch noch runter gefallen. Hahaha. 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 Läuft ja super. Wie komm ich jetzt an meinen... Ah. Da geht die Tür wieder auf. Okay. Jetzt geht sie zu. Willst du mich rollen? Nochmal. Toll. So. Hahaha. Huiii. Hahaha. Ah. Schön. Machen wir dich mal hier. Und du kommst auch mal weg. Kurz du blaues. So. Ich muss erstmal rüber springen. Huiiii. So. Jetzt da oben nochmal eins hin. Ist das Orangene wieder da hinten? Uah. 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 Jetzt. So. So. Wenn mit's willen. Jetzt haben wir da oben hinten das Portal. Hier machen wir jetzt ein blaues. Und jetzt spring ich hier ordentlich durch. Ich mach's mal ein bisschen runter. Runterer. So. Weiter geht nicht. glaub ich. Ich glaub ich. Jetzt einfach ordentlich zielen. Wuhuu. Wuhuu. Hä. Wie doof. Wie doof. Och nein. Ich hab schon wieder einen Fehler gemacht. Haha. He. He. Ja. Schön. Nochmal. Ist ja nicht so als ob mir das langsam auf den Keks gehen würde. Du bleibst gefälligst dir. Du blöder Würfel. So. Jetzt hab ich's doch. Aber langsam. Äh. Aha. Ist hier da noch irgendwas wichtiges? Nein. Tut's nicht. Ähm. Gut. Hier raus. So. Jetzt hab ich hier das Portal. Das ist das Orangene. Das bleibt jetzt hier. Das Orangene Portal bleibt hier. Gut. Und jetzt mach ich da drüben ein blaues hin. Ein blaues. Damit ich da rauskomme. Jetzt spring ich da rüber. Genau. Und jetzt hier das blaue. Hopp. Und jetzt läuft's doch. Jetzt hab ich das blaue. Das Orangene ist da hinten. Den Würfel hab ich hier. Und jetzt geben wir Gas. Na endlich. Oh. Yeah. Ich hätte den Würfel sogar später holen können. Weil hier. Auch Platten sind. Und. Oh. Jetzt kann ich mich mal selber angucken. Bin ich denn dieselbe. Ah. Das geht wieder nicht. Nicht so gut. Verdammt. Easy. Oh. Oh. Hold on. Mal. 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 Die gingen schneller als gestern, die Kammern. Was können wir denn hier machen? Wir können hier ganz kurz... Ähm... Hier finden wir neue Würfel. Okay, hier kann ich hier hinlegen. Hier kann ich durchgehen und hier kommen neue Portale. Ja, das ist ja cool, oder? Ähm... Portale, Portale, Portale. Hier haben wir wieder Sprunggel überall. Hier können wir nochmal einen Würfel hinlegen. Und da können wir den Würfel... Der wird dann quasi... Könnte von da oben hier rüber geworfen werden, der Würfel. Okay, okay, das könnte funktionieren. Ja, das müsste sogar funktionieren. Aber was macht dieser Würfel hier? Ach, okay, der macht die Mauer weg. Aber wenn ich jetzt hier drücke, verschwindet doch der... Nee, das funktioniert doch gar nicht. Aber wenn ich da blaue Flüssigkeit hinspritze... Wenn da blaue Flüssigkeit hinkommt... Warte mal. Hör mal auf, hör mal auf, es reicht. So, es reicht. Ich bin doch jetzt hier durchgelaufen, ne? Ja. Wenn ich da jetzt blaue Flüssigkeit hinspritze, dann müsste es gehen. Mit dem Würfel, wie ich mir das gerade gedacht habe. So. Und so. Jetzt kann ich mir den Würfel holen. Okay. Okay. Nochmal. Nee. Ich dachte, er springt da drüber. Aber ich kann da rüber springen. Hier auch redet. Oh mein. So, den fange ich jetzt mal. Aber ich kann doch hier drauf stehen... Na klar, ich kann doch hier stehen bleiben. Warte mal. Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt drüben? Habe ich es jetzt geschafft? Oder ist er... Ja, müsste ja, oder? Ja, da liegt er. Sehr gut. Komm her. Ich packe hier hin. So, jetzt haben wir die Wand weg. Wo muss ich überhaupt hin? Was ist schon wieder mein Ziel? Ich sehe immer nicht. Da hoch muss ich scheinbar. Jetzt können wir hier Flüssigkeit hinspritzen. Und da können wir quasi eigentlich selber durchspringen, oder? Muss da auch ein Würfel hin? Da muss bestimmt auch ein Würfel hin. Aber ich will mir das kurz angucken. Wie machen wir das am besten? Weil das hilft. Das reicht nicht vom Sprung. Von der Sprunghöhe her, oder? Da springe ich daneben. Wunderbar. Wunderschön. Okay, nochmal. Wir hatten erst die Flüssigkeit. Wir machen nochmal die Flüssigkeit. Und dann... So. Das. Das. Genau. Das war das. Flüssigkeit. Jetzt holen wir uns den Würfel. Zack. Wunderbar. Der Würfel ist drüben. Jetzt nehmen wir diesen Würfel. Packen ihn hier drauf. Und können jetzt da vermutlich auch einen Würfel... Oh, nee. Okay, die Wand kriegen wir ja noch gar nicht weg, oder? Da oben, da kann ich noch keinen Würfel hinschießen. Nein, wir können die Flüssigkeit jetzt nochmal da hinschießen. So, und jetzt könnte ich doch selber springen. Nein, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Kann ich da durchschießen? Nee. Da ist nämlich weiße Wand. Oder kann ich da hier durchspringen? Meint ihr, das reicht vielleicht? Ich glaube nämlich, wie gesagt, dass das einfach... Doch, es reicht. Okay, das hat gereicht. Jetzt brauche ich hier aber noch... Da dachte ich mir nämlich den Würfel. Ah, okay. Wenn ich mich hier drauf stelle... Kann ich hier durchschießen? Ja, das geht. Okay. Es könnte funktionieren. Warte mal. Scheiße, bleib da. Hm. Wollen wir mal so? Nein, jetzt stammt der. Scheiße, aufzuspringen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dreckswürfel. Hä? Dann... Hä? Jetzt hat er es. So, du bleibst jetzt normal. Du wirst nicht blau. Okay. Das habe ich. Jetzt springe ich wieder da rüber. Nur nicht wieder daneben springen. Puh, das war knapp. Jetzt stehe ich mich hier drauf. Püße da hin und... Dorthin. Ha! 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 Hallo Hardy übrigens! Hallo, hallo, hallo! Ich habe gerade dieses Rätsel erst mal. Müller mich flamert wohl. Flamer. Ja, ja, Müller mich ging ganz schön abgerade. Ich hoffe, er beruhigt sich ein bisschen. Ich bin... Hallo, Wurtschel. Hm, okay, schauen wir mal, wer der Typ ist. Jetzt müssen wir erstmal hier durch, oder? Ne, wir müssen hier hoch. Ist das schon wieder eine Testkammer? Okay, hä? Hier haben wir, wir können hier hoch, quasi. Hier können wir was drücken. Ich rede schon nur, weil ich es halt besser kann. Dann spielst du auch selber, oder mich? Wenn du es besser kannst. Das ist schön für dich. Freut mich, ganz toll. Applaus. Wieso spielst du nicht mehr The Headman? Nein, das war doch so grandios. Ich spiel heute Abend was anderes, Hardy. Da kannst du gerne dabei sein, wenn es noch ein bisschen dunkler ist. Spiele ich ein anderes kostenloses Horror Game. Das gibt es auf Steam. Wie heißt das nochmal? Ähm, wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn in den Würfel? Kann da hinspringen, scheinbar? Ja, kann ich. Äh, irgendwas mit Dust. Hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Tja, dann musst du wohl damit leben, dass ich das jetzt hier auf meine Weise löse. Wenn du es selber nicht spielen kannst. So, da können wir Sprunggel hin machen, beziehungsweise da könnte ich hinspringen. Da kann ich einfach so hinspringen, tatsächlich. Da brauche ich, aber kann ich dann wieder zurückspringen? Ja, ja, geht. Okay, dann hole ich mir erstmal den Würfel. Brauche ich gar keinen Sprunggel. So, den Würfel habe ich. Der kommt dann da oben hin. Aha, warte mal. Der kann ja jetzt aber hier nicht so. Kann ich das da hinwerfen? Naja, egal. Oh, hier haben wir auch. Mhm. Ich könnte das mit Sprüngen versuchen. Dass ich hier reinspringe und hier rausspringe. Das könnte gehen. Muss ich nur wieder da hoch. Sprünge. Hopp, Salah. Hopp. Hopp. Hat ja gestern schon so super funktioniert. Immer dieses Tränen. Ah, fuck. Verkackt. Hui. Was? Ich bin 17? Ich bin mit Cryo 4. Cryo 4 könnte ich machen. Ja, ich bin jetzt 16. Ich bin 48. Ja, das stimmt. Da hat er recht. Hardy weiß mein richtiges Alter leider. Ich weiß auch nicht, wer dahinter gekommen ist. Ich verarsche euch immer nur. Ich bin leider 48. Hm. Sorry. So, nochmal. Zack. Meint ihr, das mit dem Springen ist richtig? Nee, das ist nicht richtig, oder? Aber ich kann den Würfel da drauflegen. Ich kann den Würfel holen. Und den Würfel da drauflegen. Oder? Ich lasse den. Komm schon. Komm schon. Oh, nein. Ach, Mann. Wie ich das hasse, wenn das passiert. Das hatte ich ja gestern auch stundenlang, dieses Problem. Mit dem Springen. Das ist immer so eine Glückssache bei mir. Und dieses Drehen zwischendrin. Wenn ich rückwärts gehe, wäre es vielleicht einfacher. Jep. Wenn ich rückwärts gehe, ist es einfacher. Das sollte ich mir merken. Zack. Tür ist offen. Jetzt brauche ich den Würfel hier. Haben wir hier irgendwie eine weiße... Nee. Ja, muss ich dann gucken. Hier ist ein Knopf. Komm da nicht ran. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich brauche die... Oh, hier können wir wieder nicht durchgehen. Äh... Hier kann ich eine Wand aktivieren? Warum sollte ich so etwas tun wollen? Ah, weil ich denn hier irgendwas anderes deaktiviere, glaube ich. Weil ich den Knopf dann deaktiviere, wenn ich die Wand aktiviere. Okay. Okay. Der Knopf ist jetzt aktiviert. Komme ich irgendwie an das Zeug ran? Das Sprunggehe? Scheinbar nicht, oder? Hä? Hä? War noch weg. Okay. Warte mal, lass mich nachdenken. Wenn ich da runterspringe dann und hier reinspringe... Hä? Wie soll denn das gehen? Zack. Mein Vater ist 50 und sieht 20 mal älter aus als er. Für mich sieht sie sehr, sehr viel sitzen aus. Was? Nein. Hä? Danke. Danke, dass du mich für so, so, so jung hältst. Aber 48 ist leider... Das kann ich leider nicht ändern. Ja, mein Alter kann man sich... Das Alter kann man sich ja nicht aussuchen. Uäh. Na toll, jetzt bin ich hier. Aber so hatte ich mir das ja gedacht. Warte mal, ob wir jetzt hier bleiben? Ach man, hör mal auf jetzt damit. Ich will auf der anderen Seite bleiben. So, hier haben wir die blaue. Jetzt kann ich hier quasi wieder reinspringen. Muss ich nur erst wieder da hoch? Dann verliere ich die Orangen. Nee. Kann ich hier noch gerade? Ich weiß nicht. Hm, bin ich jetzt richtig? Nein. Hier kann ich hin. Es bringt mir nur auch gar nichts. Ich stelle mich hier drauf. Da hinten, das geht zu. So, dann hätte ich hier die Möglichkeit zu escapen. Warte mal, ich kann hier. Ich kann ja hier kein Portal schießen. Das geht ja weg. Warte mal, ich könnte den Würfel ja werfen. Ah, es geht nicht. Warte mal, geht denn das nicht? Okay, so wird es gehen. So wird es gehen. Nein. Ah, der Würfel bleibt ganz. Okay, der Würfel bleibt ganz. Komischerweise. Nur die Portale gehen weg. Oh, das war zu weit. Und das ist das nicht. Komm schon. Ja, na endlich. Okay, jetzt habe ich da ein Portal. Wozu kann ich das jetzt brauchen? Wo ist eigentlich die Tür dazu? Ach, weil der Würfel da nicht mehr liegt. Jetzt könnte ich den Würfel da wieder hinlegen. Oder? Nee, das kriege ich ja jetzt nicht nochmal hin. Ach man, hat einer von euch einen Plan? Mit netten Worten. Wie könnte ich, ähm... Ich will halt springen, ne? Es geht halt darum, dass ich da rausspringe und den Knopf dort drücke. Weil wenn ich das schaffe, komme ich ja hier weiter. Vorher kann ich hier nicht durch. Aber wo, wenn ich wieder springen will, muss ich auf die Seite hier durch ein Portal springen, dass ich hier hoch komme an den Knopf. Das ist mein Plan. Ich weiß nicht mal, ob das klappt, weil das nicht so hoch ist, glaube ich, von hier zu springen, wie da hoch zu... Naja, mal gucken. Aber irgendwie will sich mir das nicht so richtig... Weißt du? Das will nicht. Das will nicht in meinem Kopf, wie das funktionieren soll. Hier ist halt alles dicht. Ich verstehe das Game noch nicht, so mal, wozu die Würfel da sind, etc. Die Würfel sind, äh... Der Würfel ist jetzt da, dass ich einfach den Knopf drücken kann, ohne dass ich drauf stehen bleiben muss. Ich lege den Würfel dahin und dann wird der Knopf aktiviert. Die Portale sind, äh... Das ist klar, oder? Portale sind klar. Ich laufe durch das Portal und komme durch dieses raus. Setz mal das blaue Portal unten aus dem Käfig und lass das gelbe. Unten aus dem Käfig? Und lass das gelbe. So wie es ist. Wo soll das blaue sein? Unten hier. Ja, wenn ich jetzt durchgehe... Ne, es geht nicht. Jetzt kann ich da nicht durchgehen. Das ist es ja, dass ich jetzt schon mal das Portal dahin gekriegt habe, ohne dass ich, ähm... Aber jetzt kann ich nicht durch die Wand gehen, ohne dass das Portal weggeht. Okay, nochmal. Okay. So, jetzt sind wir so weit. Jetzt kann ich den Würfel quasi... Wozu brauchst du den Würfel? Ist doch ein Schalter mit der Hand. Was? Ne, die Schalter hier auf dem Boden. Dafür brauche ich den Würfel. Ja, weiß ich... Achso, du... Ich weiß, was du meinst. Okay. Ja, stimmt. Ich kann das auch so lassen, wie es jetzt ist. Und jetzt gehe ich da hin. Das Problem ist, ich will irgendwo... Ist hier oben an der Decke was? Das würde das erleichtern, wenn ich jetzt einfach hier von der Decke fallen könnte. Irgendwo. Ist hier irgendwo was, wo ich von der... Ne. Dass ich hier oben bin, weißt du? Dann kann ich direkt den Sprung machen. Hm. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Oder warte mal. Ich kann ja jetzt einfach ein Portal schießen, oder? Das dürfte doch jetzt kein Problem sein. Na klar. Ach, easy. Jetzt kann ich hier einfach ein Portal schießen. Und hier. Und jetzt müsste ich an den Schalter kommen. Hui. Ja. Juhu, verdammt. See that pipe there, that the Repulsion Jail is leaking on? That'll take you to the pumping station. Jump down and walk on it. Oh, and try not to fall off. That goo down there is corrosive. I think it doesn't like human skin. Hui. Okay. Geschafft. Puh. Easy. High five. Uah, ich darf hier nicht runterfallen. Okay. Jetzt hier einfach runterspringen, da unten hin. Sieht logisch aus. Aber ganz runter? Ach, ich schätze mal schon. Ah, okay. Hallo. Und die nächste Testkammer. Jetzt, according to my records of this room, there should be a turret shooting range at the far side of the room. If you can get through there, you should be able to get to the fourth testing track. They'll take you up to where I am. Mal gucken, ob wir ihn kennenlernen können. Also, was er eigentlich überhaupt mit uns vorhat. Exa, Exa. Ja, gut gemacht, Exa. Dank dir habe ich es geschafft. Hier haben wir ein bisschen Rennfarbe. Ganz kleines bisschen. Ah, hier meint er die Turrets. Okay, ich dachte, gerade da hinten irgendwo hier. Äh, Turrets. Lol. Lol. Hä? Selbst. Schießen die? Die schießen doch auf mich, oder? Ja. Okay, bin tot. Ja, das war doof. Ich wollte nur gucken, weil am Anfang waren welche da, die haben nicht geschossen. Ich dachte, vielleicht, vielleicht, ne. Haben wir hier denn irgendwas anderes, womit ich die ablenken könnte? Hier ist ja... Wenn ich Rennfarbe kriegen könnte, könnte ich da durchrennen. Ich glaube, das würde ich schaffen. Ich kann hier nichts aufheben. Kann ich die Farbe aktivieren vielleicht? Weil dann könnte ich die dann tatsächlich... Wo kommt die Farbe her? Ne, von da hinten, oder? Da ist nichts. Ist hier irgendwas, was ich aktivieren kann? Irgendwas anderes? Ich kann hier mit dem Gel abknallen. Ja, ja, deswegen. Ich muss das irgendwie... Nicht da hoch? Was ist denn das? Das ist der... Doch, das ist ein Pumpraum. Ah, da oben könnte ich das anstellen. Ich muss da hochkommen. Wie komme ich denn da hoch? Äh, der Propulsion-Gel sieht, dass sie aus der Linie sind. Du musst es aufhören, aber da ist ein Kontrollstuhl vor dir. Findet einen Weg, um da rauszukommen. Jetzt. Gut, jetzt hat das nochmal gesagt, genau das, was ich gerade vermutet habe. Wie kommen wir da hoch? Da oben langlaufen? Ah, ich sehe es. Okay, okay, ich bin oben. Ich bin hier oben. Ich wollte aber tatsächlich hier auf das... Aber komm, kann ich da... Geht das? Kann ich hier springen? Nein. Das geht so nicht. Doch, ich kann doch da jetzt hier reinspringen, oder? Nee, das geht nicht. Nochmal. Das muss doch gehen, dass ich hier rüberspringen kann, oder nicht? Ach, Mist, die Säule ist immer im Weg. Ach, Mann. Ich jump nochmal. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Alter, soll ich das jetzt dreimal schaffen? Hier muss es doch einen einfacheren Weg geben und ich übersehe den einfach nur. Normalerweise hast du doch nie so. Ist da vielleicht auch ein... Kann ich da ein Portal schießen, oder so? Es geht nur dort. Und hier geht's. Hier geht's. Da kann ich rüberspringen. Da könnte ich rüberspringen. Wenn ich oben bin, kann ich hier reinspringen. Oder? Warte mal. Ich glaube nicht, dass ich das erreiche. Aber hier ist eine Lücke. Hier ist eine Lücke. Sehr gut. Okay, das geht. Das geht. Das Blaue lasse ich jetzt kurz... Nee, das Blaue muss da hin. Ich muss nur da... Das dann hinschießen. Okay. Erstmal hoch. Höher. Toll, wie soll ich das jetzt aber machen? Wie kriege ich da jetzt das Portal hin? Doch wieder dieser Spaß hier. Uh, und jetzt wieder zurück. Oder? Nicht. Okay, okay. Wahoo! Ah, das war hart. Normalerweise, wenn Leute so etwas machen, fliegen sie einfach durch die Hülle in die Wände. Ich glaube nicht, diese Zeit. Das war hart. Naja. Ist ja auch egal. Puh, geschafft. Ähm. Wieso einfach, wenn es doch schwer geht? Ja. Äh. Ich weiß. Da war ja auch ein Loch. Ich hätte... ...bestimmt irgendwie auch anders das Blaue Portal da hinschießen können. Jetzt machen wir erst mal die Farbe an. Okay, jetzt kriegen wir GL. Und jetzt können wir hier die Türme umschmeißen. Ach, Vater. Nein! Schießen die mich da ab? Ich muss auch bei dem Loch in der Wand aufpassen. Soll ich da jetzt einfach durchdrehen? Die brauchen mich ja nur einmal tatsächlich treffen. Und schon bin ich tot. Die überlebt ist ja keine Sekunde. Da muss ich ja wirklich mega schnell sein. Oh ja, off. Komischer Turret. Sieht komisch aus. Sie ist nicht mehr so niedlicher kleiner Weißer wie aus den anderen Teilen. Ist ein komischer schwarzer Kastiger. Weiß ich nicht. Ist nicht mehr niedlich auf jeden Fall. Das wollte ich nur sagen. Ich hänge fest. So, jetzt können wir hier einfach durchgehen. Und jetzt. Ist hier ein Schalter. Ich habe den übersehen. Ah, da. Wenn du es holst, wird es die Tür öffnen. Okay, geschafft. Hier können wir die Tür aufmachen. Ah, großartig. Es sollte ein langer Schuss auf den nächsten Testweg. Ich mag immer die Müllermilch, äh, die besonderen, die rauskommen. Meistens, wenn es irgendwie ein Schokomuffin ist oder sowas. Mmh, Schokomuffin. Oh, komm schon. Komm schon. Komm schon. Well, great. You can fling yourself all over the place and get past some old Turrets that are firing lie-round. But you can't get a door open. What kind of Olympian are you? Ugh. Alright. Let's see what we can do. There's a longer route through a repulsion gel-pumping station. Guess you're going to have to go that way. Mmh, toll. Wir wären fast da gewesen und jetzt kriegt die das nicht auf. Schwaches Mädel. You can get through this pumping station and prepare yourself to get out of Brava Volta into the Lima Whisky-Testing track. That should bring you closer to me and to your own escape from this facility. Juhu, Flucht. Alright, I know what you're thinking. What on earth is going on here? Well, Apertures early tests weren't always that. Successful. You were unlucky. That was the worst test, Kate Johnson ever greenlit. But it's nice for me to have an Olympian at my disposal. Yeah, I have that information from you at the 1936 Nuremberg Olympics. You should have gotten that silver medal. We painted subliminal messaging all over the walls in this next test. So if you feel the sudden urge to buy a bunch of Aperturescience merchandise afterwards, we'll count that as a success. We painted subliminal messaging all over the walls in this next test. So if you feel the sudden urge to buy a bunch of Apertures, we'll count that as a success. Is that my goal? What is my goal? I need a goal. Here comes a jump. Okay, I can jump somewhere. That's already good to know. We can go up here. There is a door. But it's not going to open. Yes, it's going to open. It's going to open. Easy. Okay. Okay. The local zoo made it off, but we couldn't refuse. So you may encounter several grizzly bears and or lions in this next test. Was? Wie bitte? Löwe und grizzly bears? Nein. Hier durch? Hallo? Soldiers of Science. Äh, oh, wer bist du? Cave Johnson. Ach, das ist der Typ, den wir immer hören. Okay. Jetzt hier hoch? Also quasi der, der Boss von dieser ganzen. Hab mir ein Review von GameStar angeschaut. Ach so. Okay, da sind wir. Also hier sind wir. Erstmal Erkundungstour. Ja, wir können hier lang. Naja, ich finde das immer ein bisschen verwirrend. Bei Portal, da gibt es manchmal Wege. Da kannst du langlaufen, aber das bringt dir gar nichts. Weißt du, das ist nicht so ganz klar, was der nächste Weg ist. Deswegen, ich laufe jetzt einfach hier rum. Hier könnte ich... Das ist echt nicht so. Gut, du kennst dich, wie du den Elevator aus hier finden kannst. Keine Ahnung, ich liebe deinen Enthusiasme, aber ich hätte dir gesagt, wenn das funktioniert. Sie haben es aufgebaut, wenn sie auf dieser Facilität gestartet haben. Entschuldigung, aber das wird nichts tun. Die Schäden sind komfy, doch. Ja, komfy Chairs. Hier geht es nicht entlang. Dort könnte ich. Da sind wieder lustige Turrets. Hallo Turrets. Hier können wir lang, hier können wir runter. Was machen die? Die wir sehen nur ihre Ziele an. Auch mann, wann gibt es nicht mehr die kleinen weißen Turrets hier. Das macht mich ein bisschen traurig. Es gibt die Leute, die zu schmissen, wollen sich klarer auf dieses nächste Mal. Wir haben das Propulsionsgel in Gasolinen kodiert. Ich dachte, es könnte die Geschwindigkeit der Gel erhöhen. Es ist einfach extrem flammelig und es erinnert, wenn du es raufst. Nicht rauchen, während sie das Gel benutzen. Okay. Hier ist nichts. Hier steht nur Gel. Gel! Ich habe auch ein Postel hängen, wo nur Gel draufsteht. Gel. Enter 23. 23. Hier können wir durch, oder? Und unsere gute Glückwunsch ist einfach weggegangen. Ich kann nicht die Locken zu dieser Testchamper. Vielleicht. Vielleicht gibt es einen Weg über die Karte. Schau, ob es etwas gibt, was du benutzen kannst. Wäre zu schön gewesen. Ähm, Portals können wir hier machen? Können wir hier hinten ein Portal schießen? Oh, also wir müssen da hinten. Wir müssen über die Kammer kommen. Über die Kammer hinweg kommen. Das heißt, ich muss da hoch. Okay, nee. Hier war ich ja eben. Ähm, nein. Nöp. Ja, ja. Die haben ja echt viel gemacht in dieser... Also für die... Das muss man sagen. Also es ist echt klasse gemacht für ein einfacher Mod eigentlich von der Community. Dass sie hier wirklich so auch Figuren erfunden haben. Und mit eingesprochenen Stimmen und so weiter. Das ist schon ganz schön viel. Und die haben ja eine neue Portal Gun. Wie du gerade gesagt hast. Und neue Tower Gun. Und so. Und das sind auch schwere Rätsel, ja. Also das ist ja jetzt nicht easy. Warte mal. Kann ich da irgendwie... Da muss doch irgendwo was sein. Hier könnte ich ja auch springen und so weiter, oder? Zumindest. Also ich könnte aus dieser Höhe hier zum Beispiel springen. Und mich da rüber schießen lassen vielleicht. Komme ich da hoch? Komme ich hier hoch? Da die Treppe mal. Ganz kurz gucken. Ja, das müsste doch gehen. Das müsste doch funktionieren. Okay. Okay, ich bin entschuldigt, was ich da gesagt habe. Wir sind in das zusammen. Du bist mein Ticket aus dem Junkyard hier. Ich bin dein Ticket in die Außenwelt. Ich mache mein Bestes, um die Insultaten zu einem Minimum zu halten. Nur, probier es weiter. Und natürlich ist die Grafik für Portal 3. Da stelle ich mir eine bessere Grafik vor. Okay, die Testkammer mache ich noch erstmal. Knopf. Scherzig. Portal. Ja, dachte ich mir. Was macht dieses Ding? Okay, wer fährt das hoch? Warum sollte ich das wollen? Muss ich höher? Okay. Okay. Hier kriegen wir einen Würfel. Den Würfel lege ich... mal hier drauf. Vorsichtig. Vorsichtig. Bringt das jetzt was? Ja, 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 ja. Nein! Was? Ja. Ja, ich weiß. Du möchtest nicht mehr schlechte Nachrichten hören, nach der Sicherheitsüberreise. Ich kann das nicht. Ah, ich kann hier... Ah, okay. Hier oben kann ich noch. Das sollte ich vermutlich benutzen. Dann. Okay. Ich habe doch hier gerade gedrückt. Nein. Du bist mein Olympian. Du möchtest nicht mehr schmerzen. Gut. Jetzt da hoch. Mist. Jetzt hier hoch. Und dann... äh... Spritzen wir hier noch. Ach, ich hätte erst spritzen sollen. Hier... auch Laufgel. Jetzt kann ich da hoch. So. Und jetzt gebe ich ordentlich... Ach, scheiße. Jetzt fehlt mir doch das Portal hier. So. Jetzt geben wir einfach... Jetzt haben wir mehr Chance Gas zu geben. Jetzt geht's besser. Yep. Perfekt. Mua. Hallo? Hä? Thank you for keeping our enrichment spheres clean. Ja. Ist super sauber hier. Hier kann ich was schießen. Ihr knarzt das überall. Wunderbar. Sehe ich hier schon wieder keiner? Muss ich wieder zurück? Geht doch gar nicht jetzt mehr. Das bringt mir doch auch gar nichts. Aber könnte sein, dass ich den Würfel nochmal brauche. Die Wand geht ja auch weg. Scheiße. Ich muss nochmal zurück. Ich muss den Würfel holen. Ah. Guck mal. Guck mal. Okay. Ja. Es geht nur leider nicht. Warte mal. Wenn ich richtig springe vielleicht. Hopp. Knapp. Übersehe ich hier noch irgendwo eine Platte? Irgendwas? Noch irgendwo? Sowas mäßiges. Wo ich. Es knarzt überall. Na hier. Das Holz. Wusstest du es nicht? Naja. Ist ein bisschen leise. Hehehehe. Also ich muss definitiv nochmal zurück. Äh. Aber ich komme doch gar nicht zurück ohne jetzt zu sterben. Weil hier die Wand ist. Gibt es hier denn irgendwas? Warte mal. Vielleicht da hinten kann ich hier irgendwie runterspringen. Gibt es hier irgendwas? Ne. Hier komme ich wieder überall nicht durch. Weil da ein Gitter da vorne vor ist. Ich fühle mich gerade gefangen. Ganz leicht. Da oben irgendwas. Ich habe nur diese beiden Platten hier. Das schaffe ich doch nicht. Huh? Hä? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Hä? Was? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Was? Wie bitte? Okay. Wo liegt der Würfel? Jetzt kann ich ja da hin und den Würfel holen. Ist ja erstmal egal. Jetzt kann ich rüber. Den Würfel holen. Äh. Orange ist da drüben. Blau. Wollen wir den Würfel? Den legen wir jetzt erstmal hier hin. Brauche ich eigentlich nicht jetzt. Weil jetzt muss ich nur noch da hin. Doch. Ich brauche jetzt bestimmt nochmal Flüssigkeit. Oder? Meint ihr? Ich brauche nochmal Flüssigkeit? Oder komme ich da jetzt auch anders rüber? Ne. Glaube ich nicht. Gehen wir nochmal kurz hinüber. Gehen wir nochmal kurz hinüber. Oder eigentlich würde es doch jetzt besser gehen. Warte mal. Hör mal auf jetzt. Lass mich doch mal bitte da durch. Hör mal auf. Lass mich hier durch. Geht doch. Äh. Hier durchschießen. Blau. Das war genau so hier. Ne. Anders. Das wird schon gut gehen. Ja. Ich hätte den Würfel nur mitnehmen sollen. Verdammt. Mist. Der Würfel. Ah ok. Ist nicht so schlimm. nochmal. Nochmal. Es müsste auch ohne. 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 dass ich den Anlauf extra nochmal nehmen. gehen. Es müsste auch so funktionieren. Ja. Es funktioniert doch so. Gut. Alles gut. Alles gut. Gut. Geschafft. Gut. Warte mal. Ich musste mal kurz. was. Ich muss fallen. Mann ey. Komm schon. Zack. Aber ich kann da nicht. Doch ich kann nicht da hinschießen. Ja. Geht. Hm. Scheiße. So ungefähr. So ungefähr müsste es gehen. Aber ich sehe. Okay. Warte mal. So. Da ist das Ding. Durch was falle ich denn? Durch orange falle ich. Das da muss dann. Ach Scheiße. Und blau hin. Ach ich. Puh. Ja. Sehe ich es doch. Komm schon. Sobald ich falle sehe ich es doch. Das ist nur schräg. Das blöde orange. Schnau. Warte. Genau. Da ist es doch. Ach Mist. Mal zurück. Das war jetzt nicht gut. Weil ich das nicht getroffen habe. Rangsch. Blau. Oh. 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 Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Das ist echt. So irre. Oh. Oh. Nochmal. Oh. 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 Ich treffe das nicht. Oh. Oh, es verdreht sich immer alles. Komm schon. Oh, ich... Vor allem, ich treffe das Orange nicht. Oh, komm schon. Jetzt habe ich es. Endlich. Was? Was? Meine Schäden gehen total. Was ist passiert? Die Späne ist nicht stabil. Geh raus! Ruh! Was? Rennen? Wie soll ich denn hier rennen? Hallo? Nicht... kein Zeitdruck. Bitte nicht... Da bin ich... Von da kam ich gesprungen. Ähm... Da kann ich springen? Ich muss wieder zurück. Ich muss einfach jetzt nochmal... Nee, was passiert denn jetzt? Ich bin ja da gerade nicht rübergekommen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hör auf mich zu stressen! Ich kann unter dem Zeitdruck nicht arbeiten. Okay, da ist ein Portal. Da kann ich ein Portal schießen. Warum kann ich das? Da ist ein Knopf. Oh, was? Tödlich? Tödlich? Ach, da oben. Tödlich. Deswegen sollte ich da stehen. Ich verstehe. Scheiße, wo ist der Würfel? Alter! Ich muss diesen Würfel erstmal hier rauskriegen, glaube ich. Oder nee? Der muss hier schon liegen bleiben, der Würfel. Aber warum? Was ist das Ziel? Ich muss hier fliegen und hier springen. Ich muss da rüber fliegen. Oder da oben. Ja, da oben muss ich fliegen. So muss ich fliegen. So, hier rüber. Hui. Oder Gas geben. Gas geben und da springen. Couchen. Obacht. Zaun. Blöd, dass der Zaun hier auch noch im Weg ist. Er ist erstmal da hoch. Jetzt muss ich erstmal da hoch. Ich muss diesen Knopf da oben drücken. Wie kommen wir da hoch? Springen. Hier hoch springen. Ich kann ja wieder da rüber. Es funktioniert nicht. Es funktioniert ja nicht so, wie ich mir das denke jetzt. Denk nach. Denk nach, Gehirn. Das geht. Das geht. Dann falle ich aber da runter. Das will ich ja auch nicht. Erstmal ein Stück trinken. Was? Dia 1 mit Seb? Willst du mit mir, Hardy? Willst du mit mir Diamant werden? Cool. Können wir mal gerne probieren. Wenn ich mich hier drauf stelle, dann kann ich ja hier schießen und das hier schießen. Aber wieso? Ich schätze mal, da ist eine weiße Fläche. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ah, warte mal. Wir werden hier noch auch noch. Können wir die Wand irgendwie wegkriegen? Durch den Knopf da oben kriege ich die Wand hier oben weg. Ich muss wieder frei fallen. Ich muss irgendwo fallen können. Oder ist da eine weiße Wand? Kann ich nicht sehen? Nee. 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 Alter. Ich kriege den Würfel hier schon mal nicht raus. Das ist schon mal klar. Ich kann den Würfel... Den kriege ich jetzt noch nicht raus. Ich kann den nur hier hinlegen. Genau. Ich kann zwar hier reinschießen, aber da drüben kein Portal, weil die Wand dazwischen ist. Das heißt, der Würfel bleibt hier. Dank dem Würfel ist hier die Wand weg. Das heißt, ich muss das hier irgendwie nochmal benutzen können. Aber wie benutze ich das logisch? Weil wenn ich nur wieder darüber gehe und mich nochmal fallen lasse, kann ich höchstens wieder hier durchspringen. Und dann? Ist da hinten ein Würfel gewesen? Hier ist auch nichts. Hier komme ich nicht weiter. Da oben wäre noch... Wenn das Portal... Wenn das hier weg wäre, könnte ich da oben ein Portal schießen. Und... Ja, das war so. Nee, da kann ich auch nicht fallen. Zeitdruck. Ja, ja. Nee, ich habe keinen Zeitdruck. Ich glaube, das geht jetzt unendlich weiter mit dieser donnernden Explosion. Ich kann mich hier draufstellen. Dann geht da weg. Dann kann ich hier ein Portal schießen und hier. Aber nur solange ich hier draufstehe. Wenn ich runtergehe, geht das nicht mehr. Hier kann ich irgendwas hin... Das kann ich aber nicht schießen und spritzen. Also ich komme nicht an die blaue Farbe. Scheiße. Das klang aber lauter jetzt. Nicht, dass hier wirklich irgendwas passiert. Und ich unter Zeitdruck stehe. Ich lasse, dass hier noch alles einstürzt. Mann! Ach, verdammt. Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt kann ich mich... Oh, ich habe Rasters, oder? Das bin ich. Ach man, ich weiß es nicht. Beim besten Willen, ich habe keine Ahnung. Ich versuche gerade irgendwie nachzudenken. Ich habe hier irgendetwas übersehen, vielleicht. Es muss doch hier einen einfachen Trick geben. Warum kann ich hier rüber? Warum kann ich hier rüber? Warum kann ich hier rüber? Warte mal, ich könnte... Ah, ich habe eine Idee. Nee, nee. Nee. Du kannst mir einen Tipp geben, aber einen verständlichen. Wenn du einen hast. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich mache dieses Feld immer blöd. Oder ich mache die nicht parallel genug. Deswegen treffe ich dann die. Hm, ich hätte hier schießen können jetzt. Ich hätte hier reinfliegen können in einem Portal. Und dann wäre ich... Warte mal. Warte mal, genau. Ich hätte jetzt hier reinfliegen können. Dann hätte ich das blaue geschossen. Dann wäre ich hier wieder nach oben geflogen. Und dann hätte ich... Oben geflogen und wäre wieder zurück. Das könnte funktionieren. Warte mal, das könnte gehen. Ich kann... Das ist aber echt schwer. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Probieren wir es nochmal. Komm schon. So. Jetzt habe ich blau wieder oben. Blau. Okay, jetzt schieße ich da mit blau rüber. Sobald ich hier durchfliege, muss ich da drüben, wo ich dann landen werde, auch ein blaues Feld hinschießen. Dann fliege ich nach oben hier und lande dann durch das Blaue da oben auf der Plattform. Kann funktionieren. Könnte funktionieren. Etwas glückiger. Gute mal schräger. Gute mal gerade. Ach, Mist. Ich komme zu schräg raus. Das geht nicht. Ich lande hier irgendwo. Das ist... Das ist Quatsch. Es geht so nicht. Aber es muss doch gehen. Ich meine, ich kann hier durchschießen. Es muss so funktionieren. Es geht gar nicht anders. Gar nicht. Warte mal. Oder anders. Anders. Nee, das ist doch Quatsch. Und ich sterbe gleich vermutlich. Hallo, Koka. Endlich mal ein vernünftiger Mensch hier, der mir helfen kann. Pass auf. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich zeige dir gleich mal die Situation. Vielleicht bist du ja auch schon so. Hast du es dir dann geholt, Koka? Du wolltest dir das doch auch holen. Ah, Mist. Jetzt habe ich es verkackt. Ach, nee. Ich habe es verwechselt sowieso. Die ganze Zeit habe ich in Blau geschossen. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Koka, du gehst jetzt League of Legends und mainst Korki auf der Botte. Was? Koka doch nicht. Seht mal eine doofe Frage. Hast du eine Windows 7, 84 Home Premium ISO Datei? Kann sein. Müsste ich mal gucken. Ich weiß nicht, kriegt man das als ISO, wenn man sich das aus dem Internet... Also, wenn man bei Windows sich das runterlädt, dann kriegt man doch eine ISO, oder nicht? Oder, nee. Wie kriegt man das da? Kriegt man das direkt installiert oder kriegt man das erst als Paket? So, Koka. Pass auf. Pass auf. Erstmal jetzt hier das Wichtige, ja? Solltest du dir eh Windows 10 holen, sowas raus. Also, ich habe folgende Situation. Da drüben muss ich hin. Und so sieht die Gesamtsituation aus. Ich habe hier diesen Würfel. Wenn ich den hier drauflege, geht dort hinten diese Wand weg. Ja, die Wand geht weg. Ich kriege den Würfel auch nicht hier raus, dass ich den zum Beispiel hier hinlegen könnte oder so. Ich bekomme den hier nicht raus wegen dieser Wand. Also, noch nicht. Später vielleicht, aber jetzt nicht. Ich muss da hoch diesen Knopf drücken. Und ich überlege gerade, wie ich da hochkomme. Ich komme da hoch, indem ich einen freien Fall simuliere. Indem ich hier hochgeschleudert werde. Das heißt, ich muss irgendwo reinspringen. Aber wo springe ich rein? Wenn ich mich hier drauf stelle, geht da oben das rote Feld weg, was mich tötet. Und dort unten ein blaues Feld. Ich will meine SSD nicht verwenden. Im Inet gibt es keine mehr. Gibt es keine mehr? Ich muss mal gucken, ob ich eine habe. Aber das kann ich erst nachher irgendwann machen. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Nämlich, ich glaube, ich habe das auch nicht als ISO-Datei mehr. Was ist denn eine SSD endlich? Achso, und da wird es jetzt Windows dann rüberziehen. Also darauf installieren. Oh. Oh, ich habe gerade keine Lust mehr. Ich komme hier einfach nicht weiter. Hier könnte ich ja runterspringen, theoretisch. Und da rein und dann da hoch. Wieso ist denn das so mega kompliziert? Und wenn man es dann wieder macht, ist es total easy. Ich übersehe doch irgendwas, oder? Ja, Windows 10 kommt erst in einem Monat. Das stimmt. Und dann musst du ja dann auch erst mal Windows... Na, oder du wartest noch einen Monat. Jetzt ist er ja im Portal. Aber sobald ich da durchrenne, gehen ja beide weg. Oder? Hahaha. Scheiße. La, 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 la. Ne, das machen wir aber nicht. Das machen wir mal nicht, meine Kinder. Das wäre total unvernünftig. Aber es muss doch einen Weg geben. Und der Boden knarzt immer noch. Zu diesem Dauerfallteil. Das da hinten. Da bin ich dauergefallen. Das habe ich mir halt auch schon überlegt. Dass ich hier irgendwie Dauerfallen machen könnte und dann hier rausspringe. Aber ich kann ja halt kein Portal überschießen. So könnte ich halt Dauerfall machen. Dann hier rüberfliegen. Hier rausfliegen quasi. Hui. Darüber, aber ich lande nicht auf diesem Punkt. Und selbst wenn, würde ich ja schräg reinfallen. Uh, jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Da hinten ist übrigens Farbe. So, jetzt kann ich hier unten endlich fallen. Hier sind halt nur diese zwei Flächen. Und da oben. Aber da kann ich höchstens zurückgehen wieder, wenn ich Lust hätte. Das bringt mir gar nichts. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich diese Wand hier wegmachen kann. Hui. Es ist ja nicht umsonst. Ach nee, wo kommt das Blau hin? Blau. Nee, das Blau kommt da oben. Blau. 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 Und jetzt da hin. Oh, Mist. Das ist das Auto. Kämmer ja schon. Jetzt bin ich gerne mal was versaue. Wow. Nein, nein. Was? Jetzt bin ich irgendwo gegen die Wand gefallen. Das ist so komisch. Jetzt hätte ich... Hatte ich nämlich eine bessere Flugbahn als vorhin. Jetzt hätte ich vielleicht perfekt... Warte mal, ich... Ich bekomme ein... ...nerrigeres Lied, das kommt durch. Ich packe es dir durch. Oh. Fühne. Ja. Äh, falschrum ist es doch jetzt. Hm, verdammt! Mal, machen wir mal wieder so rum, damit ich nicht durcheinander komme. Lass mich rollen, so. Och Mann, warum fällt die denn nicht da durch? Fall doch mal ordentlich. Es ist doch nicht wahr. Ah, das geht nicht. Vorhin ging es noch. Vielleicht, wenn ich das Portal weiter links mache. Ich gebe es auf, ich höre auf. Das hat keinen Sinn. Ich weiß es echt nicht. Gut. Lass was. Hau rein, Koka, wenn du wieder gehst. Ich mache jetzt sowieso hier aus. Speichern wir hier neuer Speichersplatz. Probiere ich ihn andermal weiter. Alter. Geht gar nicht. Fertig. Zurück zum Hauptmenü. Anlassen. Bevor ich hier mich totquäle mit diesem Game. Es ist schon wieder halb zwölf übrigens. Ja, doch. Wir machen das whatsoever. Kas positiv. Vielen Dank.